Das ist ein gutes Gegenprogramm zu dem Geballer von eben. Ich habe versucht mit der Sache hier so ein bisschen diese Szenerie im kurzen darzustellen, wie sie sich so darstellt. Die Leute machen es noch nicht so ganz und der Schrecken muss erst in die Glieder fahren. Wenn der Schrecken in den Gliedern sitzt, dann verstehen sie, was uns droht. Und ich hoffe, die Botschaft dauert. Danke, freut mich. Jo, jetzt kommt die Eröffnungsrede. Ja, Eröffnungsrede. Und kommen wir zu den Anfang für die Montagsdemo. Gewöhnlich fangen wir mit der Eröffnungsrede an. Das schieben wir jetzt nach. Okay? Ja.